und damit herzlich willkommen zurück meine lieben freunde herzlich willkommen zurück ich tue gerade mal aber und dann erkläre ich warum gestern keine folge kam also ich hatte jetzt gepackt wieder mal gehabt und ich hatte es wieder einmal geschafft ich bin krank geworden war nicht lange zwei tage oder so aber ich konnte halt für gestern keine folge organisieren war doof kann ich aber jetzt in dem moment nichts ändern ich hoffe dies entschuldigen zu können so dann machen wir uns mal eine gelande naja leg mal hier los diesmal wieder und schau mal über die nacht über bringen können verbringen können umbringen können was du jetzt die nacht umbringen wir brauchen auf jeden fall goldstein jetzt da war das da war das also ein steinfeld haben wir noch nicht gefunden an sich ich werde mal diesen weg folgen kommen was wir finden natürlich erst sobald ich wieder zeit habe es hat mir nichts gebracht ok ja die füge auch mal weg jetzt bringt mir gerade eh nichts und drei hasen fallen baue ich mir die stelle ich schon mal irgendwo auf sobald ich denn die zeit dazu habe schräg ich den hasenbau dazu erst noch ein paar stocker sammeln und dann gucken wir mal wie es weitergeht lololos was haben wir hier noch gekündigt wenn wir nochmal davon eine bauen und davon noch eine bauen Oh Ähm Ach lol guck mal Er hat es ja noch gar nicht aufgegessen. So, da kann ich dann mal eine Hasenfalle hinstellen. Genauso wie hier. Und da. So, da haben wir schon mal drei Hasenfallen, die sogar direkt am Lager stehen. Das ist sehr gut. Und dann schauen wir mal, was hier so abgeht, wo wir denn hier hinkommen. Mitnehmen. Sehr gruselig. Sehr gruselig. So. Apo gruselig habe ich ja tatsächlich noch eine Aufnahme, die ich an Halloween rausholen wollte von dem Add-on, das Creature. Was ich noch gar nicht benutzt habe. Ich habe mal einen Sumpf. Spannend, das sehe ich jetzt hier auch nicht. Nur wieder Wald ohne Ende. Wir brauchen aber Gold. Wo ist der andere da? So, da war ein Steck Holz schon mal, das ist erst mal ausreichend. Wir brauchen aber trotzdem Gold. Und I don't know, wie ich das bekommen soll, jetzt. Ja, da muss ich mal ein bisschen Glück gebrauchen tun. Froschenkel, cool. Der Frosch. So. Das ist unser Leben erstmal wieder aufgefüllt. Jetzt wird die spannende Frage, finden wir hier irgendwo Stein? Oh, nein. Oh, ja. Hallo Stein. Da drüben ist Wiese. Da ist die. Na. Oder? Ist das Stein? Getting late. Okay. Sollten wir da Stein bekommen? Ich wollte auch wieder eine Twitch-Runde machen. Aber Problem an der Sache ist, mein Twitch-Account wurde gesperrt. Keine Ahnung warum, ich habe gerade mal eine Mail geschrieben. Wir hatten ja gestern die Aufnahmen mit Minecraft gemacht. Ne, Quatsch nicht gestern, vorgestern war das. Und danach wurde mein Switch-Account einfach mal gesperrt. Super, dann nehmen wir dir mit. Da kommt ja noch einer raus. Leute, haben wir denn ein Zeug für ein Lagerfeuer? Haben wir. Dann mache ich mir hier mal ein Lagerfeuer. Und dann tun wir hier mal übernachten und holen uns mal die ganzen Spinnen. Ist eine gestorben Die hat sich wahrscheinlich mit dem Fallstein gelegt Und hier muss ja irgendwie noch ein Eck sein Weil hier kam ja gerade was her Irgendwie aber nicht Also ich hoffe, dass da gleich wieder neue rauskommt Na gut Da ist wieder eine Komm her So Ich glaube, da lasse ich das Nest Wenn das hier so Bestimmt in unserer Nähe, oder? Ach, da wird das eine, siehst du Ja gut, in unserer Nähe ist ein bisschen übertrieben Ah, da lasse ich das Nest Hier ist ja schwachsinnig, wenn ich das Nest kaputt mache Dann fange ich mir immer Spinnen ein Warum mache ich das nicht immer so gemacht? Ich habe mir das Nest zerstört, aber eigentlich muss ich doch nur die Spinnen einfangen Und jetzt hat man noch einen Baum hin, weil es gut aussieht Das Problem ist nur, dass wir nicht mehr viel Oh, das war viel Heilung, kein Leben Ich Idiot Ich werde vielleicht nicht sinnlos auf das Ding drauf einschlagen Die kommen schon irgendwann raus Ach ja Ich habe ein Froschchenkel Na, es gibt ein bisschen was Da haben wir wieder Müll Komm Na, komm her Komm her Sehr alte, diese Horde, ne? Und die Horde zieht weiter So, jetzt müssen wir aber mal gucken, dass wir hier auf jeden Fall irgendwie Stein kriegen Weil, äh, nicht Stein, äh, Zeug kriegen Weil langsam wird es echt eng Vierter Tag schon Wir haben immer noch kein, ähm, Science-Zeugs-Gedöns gemacht Ich meine, wenn es nur ein Friedhof ist, Hauptsache irgendwas, damit wir die erste Maschine bauen können Oder die zweite vielleicht sogar schon Ich nehme hier auch direkt mal mit, weil das ist auch wichtig Für die Werkzeuge Irgendwas ist hier doch Ich höre doch die ganze Zeit was Ich habe den Ton mal ein bisschen lauter gemacht Vielleicht erschrecke ich mich Ja Ist genau wie Dieses eine Vieh, was ich die ganze Zeit gehört habe Ich dachte mal, das Einbildung Und dann kam wirklich so ein Vieh da raus Ja, komm, schuldig, schuldig Das war echt hart Na endlich So Ich muss auch ganz ehrlich sagen Ich spiele lieber dieses Spiel hier Vor allem im Let's Play Als, ähm, Rides of the Giants Ähm, weil ich Rides of the Giants ziemlich krass finde Muss ich gestehen Das ist echt was für Profis dann Weil es da einfach viel mehr Optionen gibt, wie du sterben kannst Ich würde gerne, genau das würde ich gerne finden Alter, guck euch diese Friedhöfe an Was wir hier examinieren können Super geil Was war das denn? Ah, das war ein Pick Alles klar Ich habe momentan drei Gold Ein bisschen mehr bräuchte ich eigentlich schon Ich hoffe, dass ich euch den Friedhof jetzt vielleicht noch so zwei, drei finde Der scheint ja echt groß zu sein Stein finde ich auf jeden Fall über der Hände Alter Ich geh den hier ab Ich finde es denn mehr Stein auf dem Feld als im Felsen Dafür findest du aber auch kein Felsen Was zu essen Das ist sehr gut Oh, sehr schön Kann man immer gebrauchen Hier gibt es zwei Alter, wie Ja Jawohl Und da haben wir es gefunden Sehr schön Genau sowas habe ich gesucht Ein Steinplateau Hier können wir uns gleich ein Steinfeuer machen Wenn wir einmal so viele Stein gefunden haben Nein, das war alles Ne, war nicht alles okay Ich habe noch was Nein, das drehe ich schon ein bisschen durch, aber es ist kein Problem Wir können ja gleich anfangen mit dem Schlafen Ich muss es eh jetzt bevor ich sterbe Na, nimm Es ist auch sehr gut, dass wir gerade so viele Stein finden Oh, sehr schön Aber ich habe noch eine gehabt Super Dann muss ich nicht nochmal losrennen Müssen wir Gold jetzt finden Dann haben wir auch für eine Weile was Das gefällt mir hier genauso Wie es mit dem Stein aussieht Na, hübsch Na, hübsch Na, hübsch Na, hübsch Wollen wir mal weiter fahren Ich will hier nochmal Da war wieder irgendwas Was wir Abbauen können So Da seid ihr kaputt gegangen Aber auch kein Ding 12 Köln ist sehr schön So Pale So, dann nehmen wir das ja mal mit Und den auch gleich noch Sonst kann ich eh gerade nichts machen Dann wirfst du da rein So 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 So